Irgendwie falsch, oder? W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W? What? Oh, nein! Hehehehe Ich hab's geahnt. Nee. Okay, pass auf. Du greifst da an. Wo kommst du da ... Na ... Kommt irgendwer in die Nähe von dem ... Nee, irgendwie nicht. Vielleicht kannst du ihn ja rüberwerfen, oder? Ja, das klappt sogar. Dann sind die Heiler nämlich schon mal aus dem Spiel. Aber warte, das hat absolut nichts gebracht. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Seriously? Aha, pass auf. Ja, das ist eine Free Action, aber das bringt mir noch nichts. Wie fällt der aus? Hat er noch irgendwas, was ... Ja, haben wir. Heißt, wir holen die zweimal weg. Oder versuchen's zumindest und scheitern dabei kläglich. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Wo ist sie? Genau. Um ... Einmal das. Okay, jetzt können wir es erledigen. Das ist schon mal gut. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Vor allem, wie ich mich gar nicht hier drum gekümmert habe, was aber einfach automatisch passiert ist. So, mal gucken. Ich will jetzt unbedingt wissen, was passiert, wenn alle sechs dabei sind. Wir waren es trotzdem nur zu fünf. Wir schließen unseren armen sechsten Ranger einfach aus. Diesmal teleportiert sie sich nicht mit. Okay. 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 Die Animation hätte man besser machen können. Das ist echt ziemlich unnötig, dass er zwischen jedem Schuss das Kostüm wieder anzieht. Okay. 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 Spezialattacke, sagste? 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 Spezialattacke, sagst? Spezialattacke? Spezialattacke? Spezialattacke! Простиз report…? Really? Na gut, im Zweifelsfall kann man immer eine Batman-Anspielung reinmachen. Ah, okay, er hat eine Tenorange, äh, take care ist ja, ist ja eigentlich nicht um den Kindergarten, aber mehr so halt, ne? Das ist eine Frau, also ist im Prinzip jetzt Tagesmutter geworden und macht das so Tenoranger-Style. Das muss ich mir gerade bildlich vorstellen. Also ich mache im Moment einen Freiwilligendienst im Kindergarten und... Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das wäre, wenn das mit Power Rangers wäre. Letzter Kampf, okay. Also ist das schon die letzte Staffel? Ich meine, es gäbe sechs? Ich weiß jetzt nicht, ich meine, es ist schon die, es ist die fünfte. Die sechste könnte natürlich so ein Bonus sein, ne? Einen Feind besiegen, bevor man die Warframes einfach in sieben Runden gewinnt. Äh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Ein Furry in einem Sechsarmigen Mecha Ich sehe gerade nicht, was hier an einem Furry ist, aber okay Soll das eine Anspielung auf Doc Ock sein? Ah, okay Soll das eine Anspielung aufnehmen? Das war's Okay Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das bringt nicht wirklich was. Bis zum nächsten Mal.